Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute gibt es mal keine Jump'n'Run-Map. Heute gibt es eine Open-World-Rollenspiel-Map. Man sieht schon Fortnite Valhalla Hammer auf Tor. Das ist Meal-Update. Ich muss sagen, die Map gehört zu meinen absoluten Favoriten. Allein schon wegen der nordischen Mythologie. Die Map ist sehr an Assassin's Creed Zeichen Ragnarux angelehnt. Werdet ihr dann aber auch in einem späteren Video alles noch sehen. Creator ist Sven P. Ich muss sagen, er hat richtig gute Arbeit reingesteckt. Da ist viel Liebe mit drin. Inselcode wie immer in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, aber ohne lang zu schnacken. Wir starten das Spiel und wir sehen uns gleich wieder. So, und hier sind wir auch schon beim Spawn-Punkt. Nicht wunderbar, warum hier Waffen liegen. Ich habe auf dieser Map schon das ein oder andere Mal gespielt. Man startet rein theoretisch mit einem grauen Schwert. Sonst nichts. Und mit null Münzen. An meinem Inventar sieht man, ich habe schon ein bisschen gesuchtet. Ein bisschen zu viel tatsächlich. Hier oben die Ressourcen werden natürlich gebraucht. Und ihr braucht die Knochen, um hier unten am Boss euer Damage und euer Health aufzurüsten. Ich habe schon das Maximal-Damage erreicht. Das sind 2000% und ich habe auch schon das Maximal-Health erreicht. Ihr seht, 900 Leben. Hier liegt ein Knochen. Hier kommen die Eis-Thesen, die in Midgard eingefallen sind. Wo wir uns auch gerade befinden. Midgard ist die Erde. Für die, die es nicht wissen. Wir starten auch in einem wunderschönen Wikinger-Dorf. Hier steckt so viel Liebe drin. Das ist richtig geil. Auf der Map verteilt gibt es Loot-Kisten. Wie man hier sieht. Ich bekomme jetzt für diese Loot-Kisten hier keine XP mehr. Wenn ihr die Maps das erste Mal spielt, ihr bekommt natürlich XP. Das müssten so knapp 200 XP pro Loot-Kiste sein. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt Quests natürlich, die man erledigen muss. Man muss sie tatsächlich wirklich erledigen. Und es sind nicht viele. Sie sind auch leicht gehalten. Es gibt Boss-Gegner. Secret gibt es. Da werde ich euch nachher auch eins zeigen. Und ja. Ich werde mich jetzt mal ganz kurz hier durchkämpfen. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Ich bin jetzt mal ganz schnell durch die Stadt gerannt. Und hier gibt es natürlich auch schon den ersten Boss-Gegner. Der natürlich, ja. Einen Raketenwerfer hat. Was nicht gerade schön ist. Aber dadurch, dass ich so viel Damage mache, ist der natürlich, wenn ich ihn erwische, ein leichtes für mich. So. Als gut kriegen wir natürlich ein paar Münzen. Den Raketenwerfer. Und die nächste Tür öffnet sich, damit wir weiter voranschreiten können. Hier, ja. Die Bilder sind da, um euch natürlich zu verhielen. Das Feuer, keine Ahnung, Return to. Weil Halle hat mich noch nie angekriegt tatsächlich. Möchte ich auch ungern jetzt machen. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Secret sind. Da sind wir wieder. Hier ist der Raum. Da oben ist das versteckte Secret. Das sieht man dann auch hier. Search the Basement for a Secret Passage. Problem ist, ich habe das nie gefunden. Egal, wie oft ich gespielt habe. Was ich versucht habe, ich habe diese Passage nie gefunden. Die kann man im Übrigen für Münzen einen Raketenwerfer eintauschen. Der aber im Grunde sinnlos ist. Jetzt für meine Verhältnisse. Ich brauche nicht. Ich komme auch nicht irgendwie da hoch. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ihr wisst, wie ich da hochkomme. Oder, ja, ihr spielt niemand. Einfach mal versucht, die Passage zu finden. Wenn ihr sie gefunden habt, schreibt es mir gerne mal in die Videokommentare. Denn es würde mich tatsächlich interessieren, wie ich da hochkomme. So. Lootkisten sind auf der ganzen Map verteilt natürlich. Also, ihr könnt so viel XP fahren, dass ihr hier, ach, keine Ahnung. Ich habe beim ersten Spieldurchgang, ich glaube, ein Level gemacht. Man kann bis zu, gefühlt, ich sag mal, wenn man ordentlich spielt, pro Weltabschnitt mehr als genug XP verdienen. So, aber ich will euch auch nicht zu viel von der Map zeigen. Ihr solltet sie ja selber einmal spielen. Hier unten sind wir gerade im Kerker vom, ja, Langhaus. Vom Haus des Jahres. So, hier gibt es noch ein paar Kisten. Die gönnen wir uns noch. Und dann geht hier ein unterirdischer Bach lang. Den müssen wir natürlich nehmen, um in die nächste Welt zu kommen. Midgard hätten wir jetzt im Grunde abgeschlossen. Und jetzt geht's nach Jötenheim. Jötenheim. Ich glaube, Heim spricht man das tatsächlich aus. Jötenheim. Und ihr werdet sehen, es ist tatsächlich an Assassin's Creed Valhalla, das DLC, im Zeichen Ragnarux, wie auch immer, angelehnt. Denn wir werden viele bekannte Schauplätze tatsächlich sehen. Da ist nochmal das Jarlhaus, das sogenannte Langhaus. Und ja, fahr mal ein bisschen schneller, bitte. Danke. Und hier sind wir durchs Portal in Jötenheim gegangen. So, natürlich gleich am Anfang wieder eine Kiste. Hier ein kleiner Text dazu. Den werde ich euch jetzt nicht durchlesen. Am Startpunkt natürlich wieder ein Amboss, um sich komplett aufzurüsten. Hier sind die Eisriesen aus Jötenheim. Und ihr werdet es auch sehen, hier wieder ganz viele versteckte Kisten. Schade, dass ich kein XP mehr dazu bekomme. Hier gibt es dann auch das grüne Schwert, mit dem ich tatsächlich gerade kämpfe. Ich werde mir tatsächlich auch zwischendrin mal die ein oder andere Schusswaffe gönnen. Weil, ja, wie soll ich sagen, die sind dann und dann auch schon mal sehr praktisch. So, wir snacken uns doch schnell die Lootkiste. Und die DMR. Und mein Herrwölfchen. Könnt ihr jetzt tatsächlich den Wolfstame? Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich würde sagen, aber wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und zwar, hier gibt es tatsächlich sogar die erste Quest da unten. Das ist auch der offizielle Weg, den man langlaufen muss, damit man weiterkommt. Und die Quest heißt, eliminiere 25 Feinde. Die sind aber ein leichtes tatsächlich, dadurch, dass ich halt schon, ja, im Grunde alles auf Max habe. Dann werden wir uns nur ganz kurz hier durchrattern, die Mähdrescher. So, da haben wir die 25 Gegner erledigt. Hier gibt es dann eine Sense. Ich persönlich finde sie nicht gut. Aber die gleiche Sense gibt es tatsächlich, die heißt nur anders, in Assassin's Creed Malhalla. Ja, die gab es zum, oh Gott, zum Halloween Event. Die habe ich mir natürlich gegönnt und die war so OP in dem Spiel. Aber egal, hier geht es nicht um Assassin's Creed. Hier geht es um Valhalla Hammer of Thor in Fortnite. So, ich warte auf den Elevator. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin oben angekommen und hier sieht man einmal die wunderbare Welt der Eisriesen. Und ich muss sagen, also, der Map-Creator, der Sven P, hat sich hier so ins Zeug legt. Hier ist so viel Liebe verbaut in dem, in der Map. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin halt, wo ich die Map das erste Mal gespielt habe, ich war halt richtig geflasht. Zu der Kiste sage ich euch nichts, findet es selber heraus, warum dort eine Kiste steht. Ich werde sie nicht öffnen. Also, wirklich, hier steckt so viel Liebe zum Detail. Es ist unbeschreibend, ich kann es nicht beschreiben. Das ist einfach wow. So, hier unten sehen wir dann das Dorf der Eisriesen. Da gibt es ja tatsächlich, wie ich gerade gesehen habe, Spielzeit gibt auch EP. Was ich richtig klasse finde. Und ich habe tatsächlich gerade, habe ich ein Level abgemacht? Nein, habe ich nicht. So, wir springen einmal hier runter ins Dorf der Eisriesen. So, natürlich werden wir hier gleich richtig hart penetriert. Da, wer zuerst beim Fahrer ist, aus. So, in jedem Dorf gibt es natürlich auch wieder eine Kiste. Und nicht nur eine. Oh, Waking Hammer. Es gibt hier in fast jedem Haus eine Kiste tatsächlich. Und ja, man kann hier pro Haus fast 200 EP machen, wenn man sie noch bekommt. Ihr habt es gesehen, ich kriege sie zwar, aber es wird nicht angezeigt tatsächlich. Hat man ja gerade gesehen, dass ich 20.000 EP auf einer Creator Map gemacht habe. Das ist ja in Fortnite gerne mal so eine Tagesaufgabe. Und ich habe die hier einfach so verdient. Obwohl mir kein EP angezeigt werden. Aber ihr habt es gesehen, da war wieder eine Kiste drin. Da sieht man es, da ist eine Kiste. Ich loote jetzt nicht alle Kisten. Wir wollen nämlich weitergehen. Und beim nächsten Schauplatz melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich zu 0 Potential. Gerade ein bisschen Karten herangenommen. Und dann kommt man dann so sehr hier. So. Ha. So macht man das. Du auch noch? So. Hier geht es weiter. Bei dem wunderschönen Haus des Eisriesen-Trüm. Jeder, der die nordische Mythologie kennt oder aber jetzt hat die Kitton Haller gespielt hat, weiß, wer das so ist. Es ist der König der Eisriesen. Und was ich hier drin in Klasse finde, hier ist sogar Clans Jump'n'Run verbaut. Und nicht nur hier. Auch auf einem anderen Teil der Map, wo wir tatsächlich jetzt nicht hinkommen, sondern erst später. Man kann natürlich dort hochlaufen im schönen Karten. Man kann aber auch hier hoch, da hoch. Da oben gibt es tatsächlich noch Kisten, die kenne ich noch gar nicht persönlich. Dann werden wir doch gleich mal hinrennen. So, wartet mal. Lass mich mal bitte. Danke. Nein. Jetzt muss ich gerade selber gucken. Komme ich denn hier hoch? Äh, so nicht. Ach, da hinten kommt man lang. Schau an. Also, hier ist auch ein schönes Jump'n'Run tatsächlich verbaut. Ich werde es jetzt nicht machen, weil ich brauche es tatsächlich gerade nicht. Ich will euch ja die Map zeigen. Und ich würde sagen, das war eins von vielen Jump'n'Runs, die verbaut sind. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich denke mal hier am Ende angekommen bin oder ich noch eine Passage finde, um dies wert ist, es euch zu zeigen. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Ja, ich würde sagen, bis gleich. So, ich bin zurück. Ihr seht hier nochmal die wunderschöne Welt von Jötenheim. Ich muss hier tatsächlich gerade noch ein Jump'n'Run bestreiten. Hier sind wir jetzt am Ende angekommen. Und ich würde sagen, ohne lang zu starken, wir rennen hier einmal runter. Wir müssen 70 Feinde eliminieren. Nichts ist leichter als das. So eine Aufgabe hat es tatsächlich fast immer, wenn ihr die Welt wechselt. Äh, schade nur, dass ich keine Anzeige sehe, die ich schon hingebracht habe. Jetzt mische ich auch noch Feuerriesen ein. Das ging schneller als gedacht. So, wir haben die 70 Eisriesen und Feuerriesen jetzt basic und die habe ich ganz schön runtergehauen hier. Meine Güte. Das war aber, da hätte ich jetzt drauf achten müssen. So, wir gehen weiter in die nächste Passage. Aber hier mache ich nochmal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich zurück. Wir beschreiten das Portal in eine neue Welt. Noch ist sie nicht atemberaubend. Oh, komm mal mit, ich nehme mal mit. Ihr werdet aber gleich, ja, wie soll ich sagen, Bausteine klotzen. Wie auch immer, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist mir gerade auch Schnuppe. Hier steht tatsächlich wieder ein kleiner Text. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Und schaut es euch an. Wir sind in der Zwergenwelt. Svartal, Svartalfheim, oh Gott, das ist ein schwieriger Name. Auch bekannt, also die Welt ist tatsächlich, hat es richtig bekannt geworden, durch Assassin's Creed Valhalla hat ein Zeichen Ragnorix. Hier sind die Eis- und Feuerriesen eingedrungen, um die Zwergen zu versklaven. Ähm, ich muss sagen, die Map ist wirklich sehr gut geworden. Sie ist dem Svartalix sehr gut gelungen. Ähm, man kann sich hier echt nicht, man sieht die ganzen Erze, die Zwergenwelt ist tatsächlich für die reichhaltigen Erze vollkommen bekannt. Die Zwergen haben ja die ganzen Waffen, Rüstung und, und, und. Die Schmiede, die haben Odins Sperrgeschmiede, Tors, Hammer. Ähm, oh Gott, was gab's noch da? Gab's auch noch das, ähm, von, war das Tür? Der einarmige Tür, der das, äh, selbst schwingende Schwert hat? Ich glaube, ich bin halt gerade, egal wie oft ich die Web spiele, ich bin so geflasht und da vergisst man gerne mal was. Hier natürlich kann man nicht in jedes Haus, aber in die, in die man kann, ähm, wieder kistenen, tatsächlich. Jetzt reicht's aber mal, lasst mich doch mal in Ruhe, ich will dir ein bisschen was vorstellen. Äh, die Schammer schon. Ähm, ja, die Kristalle, die die, äh, Feuerriesen gefallen lassen, die brauchen wir. Hier ist wieder ein Haus, wo man rein kann. Kommt mal her. Denn die Feuer- und Eisriesen wollten die Zwerge, ähm, fast klaven tatsächlich. Aber Odin war zur Stelle und hat die Riesen vertrieben. Ähm, ähm, ja. Ich würde sagen, wir müssen weiter, wir müssen jetzt, äh, das war ein Blick ins Wasser, das wollte ich nicht. Wir müssen nach da oben. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich da euch angekommen bin und bis gleich. So, hier bin ich wieder zurück. Und hier habt ihr nochmal einen wunderbaren Blick auf die Zwergenwelt. Ihr seht, von Insel zu hin, so kommt man über die Ketten und ich würde sagen, wir gehen ins Langhaus, um, ja, gegen unseren Bossgegner zu kämpfen. Oder, gegen eine, äh, Herrscher von Eis-Feuerriesen. Eliminiere 30 Brut. Okay. Ich höre sie, aber, wie beim ersten Mal, es kommen keine. Als ich mit dem das erste Mal gespielt habe, sind tatsächlich auch keine gekommen. Jetzt kommen sie. Nice. Na dann, kommt er her. Oh, das Feuerlein aus dem Drachen kommt, das ist so gut geil. Ihr seht, die halten tatsächlich immer mehr aus. Was ich auch geil finde. Lasst mich mal ganz kurz zur Seite, danke. Ich finde es schade, dass nicht angezeigt wird, wie viele man schon gekämpft hat. Also, das Feature wünsche ich mir tatsächlich noch. Ich muss halt nur auf meine Leben achten gerade. So, und da haben wir alle eliminiert. Hier hinten geht es dann weiter auf. Hier hinten kann man tatsächlich, äh, die Sachen traden. Die Sense, wie gesagt, die braucht man nicht. Es ist, man kämpft mit der zu lange. Also, man holt für einen Schlag zu lange aus. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Hier kann man, äh, Coins gegen, äh, Metall eintauschen, um sich die anderen Waffen zu gönnen. Ich hingegen brauche tatsächlich eigentlich gar nichts davon. Glaub ich zumindest. Wir gönnen uns aber mal das hier. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Natürlich wie eine Lootkiste und ein grünes Schwert. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein blaues Schwert finde. Und, ja, hier gibt es natürlich wieder überall Lootkisten. Die könnt ihr euch alles necken, wie ihr wollt. Ich, ich, ich werde erst in der nächsten Welt, ähm, wieder Kisten öffnen, weil ich nur bis zur nächsten Welt gespielt habe bisher. Und da auch nur den Anfang tatsächlich ist. Sonst nichts weiter. Also, hier war ich schon überall. Und, ja, wir gehen jetzt einfach mal direkt durch in die nächste Welt. Da war im Übrigen wieder ein kleiner Text für euch. So, ab ins Portal. Ab geht's nach Muspelheim. Die Welt der Feuerriesen. So, gucken, kann man hier wieder aufrüsten? Nein, okay, schade. Ähm, ich habe immer nur bis hierher gespielt. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ähm, okay, könnt ihr euch alles selber durchlesen. Ähm, insgesamt soll es ja neun Welten hier geben. Also, alle neun Welten von Yggdrasil. Da bin ich gespannt. Und jetzt kämpfen wir uns erstmal mal ganz schnell hier. Kommt mal, macht mal so und so. Bauen kann ich nicht. Kriege ich hier Damage? Ja, ich kriege Damage. Ich möchte aber die Kiste öffnen. Es gab Kohle. Kohle? Obsidian gibt's. Oha, cool. Wie gesagt, bis hierher habe ich halt immer nur bis zum Anfang gespielt. Dann musste ich schon das ausmachen. Weil Kinder haben Vorrang. Ich würde aber sagen, ähm, ich werde mich gleich wieder melden, wenn ich mich hier ein bisschen durchgemetzelt habe. Also, bis gleich. So, wir befinden uns gerade im Haus des herrschenden Feuerriesen. Natürlich, wir haben auch von seinen Lakaien die ganze Zeit hart penetriert. Das ist nicht schön. Äh, was brauchen wir denn hier? Ein, was ist das? Das ist ein Worm. Und da hinten gibt's liederne Sachen dann zu kaufen. Aber ich glaube, ich kann die mir gar nicht gönnen. Weil die alle Metall wollen. Und das besitze ich nicht. Ich habe nur zwei Metall. Ich hätte definitiv mehr Metall kaufen müssen. Äh, da unten. Das ist ein Glitzerpilz. Den habe ich, äh, entweder übersehen oder, ja, gar nicht mitbekommen, dass da einer war. Auf jeden Fall, dieses Haus des Feuerriesens ist einfach nur, boah. Hier steckt so viel Liebe zum Detail drinne. Das ist unglaublich. Ähm, ey. Also, ich mag die Map. Die gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Der Mapcode, wie gesagt, ist alles in der Videobeschreibung. Unterstützt auch den Creator, dass noch viel mehr Maps da, äh, kommen. Es muss ja nichts mit der deutschen Mythologie zu tun haben. Es können alle möglichen Maps sein. Also, der Sven P, der legt so viel Liebe ins Detail. So ein Creator kann man nur unterstützen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo wir hier oben hinkommen. Äh, was ist denn das hier für eine Party? Schöne schön. Geht mal bitte. Danke. Ich muss tatsächlich wieder einen Pilz voran. Unglaublich. Da oben ist noch eine Kiste versteckt. Und ihr seht hier, wieder Jump'n'Run. Ähm, die Kiste. Die Kiste vor allem. Ich bin aber immer noch nicht dahinter gekommen. Für was wir das Obsidian brauchen. Ha. Oh, nee. Warte mal. Das ist wieder die, die so komisch knallt. Wow. Aber ich habe immerhin schon mal fünf von diesen Kristallen. Ich weiß nicht, für was man die braucht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Äh, aber wie wir gerade gesehen haben, hier ist wieder ein Amboss, um Leben und Damage aufzuwerten. Was ich leider nicht mehr machen kann. Schade, schade. Äh, oh, ihr seht es auch. Die hauen mich von 900 auf 750 runter. Nur, die wir, ähm, wieder eine Brühe hier, die wir werfen. Nein, 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 nein. Ich bin down. So, aber wir starten hier. Dafür ist dann wohl auch das Feuer da. So, ich metzle mich hier kurz durch. Bin gleich wieder für euch da. So, nachdem ich mich hier durchgemetzelt habe. Ich zeige euch nochmal die Welt von Muspelhelm. Also, ja, sie ist aufregend, spannend und man erleidet halt ordentlich Damage tatsächlich in dieser Welt, muss ich sagen. Da bringen die 900 Leben und die 2000% Damage tatsächlich gar nichts. Ist aber nicht so wild. Hier gibt es auch wieder ganz viele Lootkisten. Oh, naja, Doppelpistol ist nicht so mein Fall. Wir sehen auch hier schon direkt das Portal. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob wir in die nächste Welt kommen. Oder, ob wir in Muspelhelm bleiben. Interagieren. Ja, kommt, das machen wir mal. So, Knights of Sword. Sie fänden 80 Feinde. Alles klar. Ich würde sagen, wenn ich sie defendet habe, melde ich mich gleich wieder. So, ich habe es irgendwie geschafft, die 80 Gegner zu eliminieren. Es war tatsächlich kein Zuckerschlecken. Ich würde euch empfehlen, rüstet euch ordentlich aus. So, wir gehen durchs Portal. So, wir sind in Heelheim. Die Welt der Toten. Hier ist natürlich auch die Herrscherin Heel am Start. Ich hoffe, man sieht sie hier auch. Die Tochter Lokis, die nur ein halbes menschliches Gesicht hat. Und, ja, wir gucken mal. Hallo? Bum. Schön. Entering PvP Zone. Hört sich ja schon mal spannend an. Guck mal her, wie stark seid ihr? Two-Hit. Okay, das geht. Jeder, der die Geschichte von Heelheim kennt, weiß, hier kommen die Krieger hin, die eines unwürdigen Todes gestorben sind. Die sich selbst das Leben genommen haben. Die nicht mit einer Waffe in der Hand gestorben auf dem Schlachtfeld sind. Ja. Alles andere könnt ihr auch in der Nordischen Mythologie nachlesen. Ich feiere die Map. Hier ist wieder viel Liebe zum Detail mit drin. Das ist richtig geil. Aktuell habe ich noch keine Kiste gefunden. Da ist einer. Was gibt es für Loot? Irgendwas für Niedernis? Ich muss mal ganz kurz gucken. Was war das? Würfel-Monster-Teil. Ich weiß nicht, für was wir gebrauchen, aber wir werden es farmen. Ähm. Ja, da ist ein Häuschen. Oh, da ist nicht drin. So. Äh, hier ist noch eine Kiste. Komm mal her, Wölfchen. Dich hätte ich gerne als Partner. Wo ist er denn? Da ist er. Komm mal her. Mann, renn doch nicht weg. Ach, der ist ja fast laut. Okay, dann möchte ich wohl nicht mehr haben, wenn du fast tot bist. Wir werden mal ins Häuschen gehen. Gucken, was es da Feines gibt. Äh, das wäre ein kleines Jumpman zu einer Kiste. Oh, hier ist auch noch mal eine. Schön. Äh, das hat so geleuchtet. Wow. Haha. Jetzt wissen wir, was geleuchtet hat. Kann ich hier aber... Oh ja, genau, jetzt fährt mir so eine Kehrmaschine lang. Ernsthaft? Es tut mir leid. Ich wohne ein zu nah an der Straße. Äh, hier brauchen wir auch Metall. Bringt uns alles nichts. Jo, ich würde sagen, wenn ich wieder was Interessantes finde, melde ich mich wieder. Also bis gleich. So, ich bin zurück. Wir sind immer noch in Helheim. Äh, was ich sehr interessant finde an der Map. Hier schweben einfach Bäume in der Luft. Schaut's euch an. Ich wusste gar nicht, dass das in Helheim so, ähm, stark verbreitet ist. Eins, zwei, drei, vier Bäume, die in der Luft schwäben. Aber, ganz ehrlich, das sehe ich drüber hinweg. Ich liebe die komplette Map. Hier steckt so viel Liebe zum Detail drin. Ich kann's nur immer wieder sagen. Auch wenn ihr denkt, wo ist hier die Liebe zum Detail? Das sind einfach nur kahle Bäume, ein paar Steine, kaputte Steinwände und, und, und. Wenn man so ein richtiger Fan von allem ist, dann liebt man alles. Und diese Map kann man nur lieben. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also, ihr müsst die Maps selber spielen, damit ihr versteht, was ich meine. Und, ja, ich suche jetzt gerade eben tatsächlich nur den Weg, wo es weitergeht. Da bin ich gerade selber ein bisschen überfragt. Äh, mit dem kann man nicht interagieren, okay. In dem Dörfchen, was macht mit der da oben? Das ist so eine Kiste. Ja, mal ganz übersehen. Geh mal weg, was wir nicht wieder haben. Das ist voll cool, wenn man gegen Bosse kämpft. Oder ist er wieder weg? Äh, ja, ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück nach einem kurzen Cut. Und jetzt öffnen wir mal das Türchen hier hinten, ne? Wenn wir in Ruhe gelassen werden, ne? Ja, natürlich. Und noch mehr, was wollten ihr alle von mir? Ich habe halt gerade tatsächlich eine Dreiviertelstunde auf dieser Map gespielt. Nur, um zu gucken, wie ich an diese Fragmente komme. Und das war, ja, Nervenzerreisen. So, hier haben wir jetzt bestimmt gleich wieder ordentlich fighten dürfen. Geht mal her, ich will 50 Stück haben. Danke. Ihr seht, ich habe auch ein gutes Waffenarsenal. Für mich sieht es hier tatsächlich aus, als ob ich gleich kämpfen darf. Was haben wir da hinten, ne? Ah, ja. Äh, okay. Oh Gott, bin ich langsam in dem Wasser. Irgendwas muss doch hier gleich passieren. Ich habe da unten nämlich immer noch eine Damage-Anzeige von 5.000. Die ist es nicht. Loading, please wait. Nö. Das war ein Satz mit X-Eig. Super. Ähm. Hä? Wo fliegt die hier hin? Genau deswegen würde ich ungern gegen euch kämpfen, wie ihr habt. Schade. Uuuuh, Mikio. Aber ich muss kämpfen, ernsthaft? Au, au, au. Geht's hier hinten weiter? Nein. Oder? Bitte. Nein, es geht nicht weiter. Äh. 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 Okay, ich weiß gerade tatsächlich nicht. Ich weiß, wo's weitergeht. Nein. Hä? Au, au, au. Der nimmt kein Damage. Jetzt. Loool. Ernsthaft? Ich muss den hier ausweichen und ich muss, äh, da reinfeuern, damit das Damage kriegt. Wow. Dann bin ich mal gespannt, ob meine Munition ausreicht. Weil die hier nerven tatsächlich gerade ein bisschen. Ich muss das einfach mal ganz kurz machen. Das ist halt so ein nervende Ding. Okay. Hier drinne wenigstens Damage? Oh, na klar. Nur ich. Okay Ach du Heimatland Ach du Heimatland, was habe ich jetzt verabschiedet? Ich muss mich dafür entschuldigen, wenn man hier jetzt gerade nicht sieht Aber das war ja mal Ach du Ahnst das nicht Und jetzt? Wieder da reinschießen Ich verstehe die Welt hier gerade nicht so wirklich Dude Ah What is that? Oh Ich bin down Ja Das ist natürlich jetzt richtig mies und kacke gelaufen Ich weiß einfach nicht, wie man das machen soll Mit der Schrotze komme ich da nicht weit Holen kann ich auch nichts Ich würde aber sagen, ich werde das Video jetzt hier komplett beenden Ich werde die Map auf jeden Fall weiter suchten ohne Ende Ich werde versuchen sie komplett durchzuspielen Wenn man mal hier guckt Es gibt sehr viel, was noch erforscht werden muss Erkundet werden muss Es sollen ja alle neuen Welten von Brasil da sein Wir haben jetzt schon fünf oder sechs Welten gesehen Die restlichen Welten dürft ihr selber erforschen Erkunden, wie auch immer Ich kann es nur immer wieder sagen Hier steckt sehr viel Liebe zum Detail hin Auch wenn mich das hier gerade an Harry Potter, die Kammer des Schreckens erinnert Aber es ist sehr viel Liebe zum Detail Der Aufbau Die Storyline Alles richtig, richtig geil Man kann es nur supporten für die Map Ihr dürft mich auch gerne supporten Indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt Und mir Kommentare schreiben Ich werde auf jeden einzelnen Kommentar eingehen Wenn ich die Zeit habe Ihr könnt mir in die Kommentare gerne weitere Map-Codes schreiben Für Open World Storyline Maps Für Jump'n'Run Maps Und 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 ich werde jetzt noch ein bisschen auf der Map verweilen Und spielen Ihr könnt euch den Map-Code in der Videobeschreibung kopieren Und die Map selber spielen Und ja Wie gesagt Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und ich hoffe wir sehen uns dann zum nächsten Video Und bis dahin bleibt mir nicht mehr viel zu sagen Außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.